moin leute willkommen bei comic in und willkommen zur nächsten folge meiner future state reise heute dabei habe ich den abschluss des superman kosmos superman house of l ein one shot der einzige one shot für future state ist aber eigentlich kein richtiger one shot weil er ist doppelt so dick wie die anderen hefte eigentlich hat man es hier wieder mit einem ganz normalen zwei teile zu tun bloß hat in ein heft gefärscht in sechs dollar titel in dem fall philip kennedy johnson schreibt das hat mich sehr gefreut weil mich ja superman worlds of war sehr überrascht hat fand ich ganz ganz toll und dementsprechend habe ich mich auch auf den titel gefreut wo ja in superman worlds of war stand dass die geschichte hier weitergeführt wird ja kann man so nicht zählen lassen ist so weit in der zukunft und da fehlt wieder so viel story allein zwischen diesen beiden geschichten drin dass es keine richtige fortsetzung ist es ist super schade es werden paar elemente aufgegriffen aber die story ist auch bei weitem nicht so gut ihr merkt das schon an meiner grundsätzlichen stimmung gezeichnet ist es von scott gotlewski auch durchschnittlich nicht schlecht nicht sonderlich gut war in ordnung dementsprechend habe ich aber auch keine highlights sich euch irgendwie präsentieren könnte eure eindrücke saugt sie am besten aus den panels die ich irgendwie hier die ganze zeit neben mir einblende ich denke das ist der einfachste weg weil tatsächlich kein feuerwerk für die augen einfach nur durchschnittskost philip kennedy johnson meine erst die logische lösung weil er danach ja auch action comics superman ongoings übernimmt und dementsprechend dachte ich ja das wird jetzt der titel hier der alles verknüpft und das wird es auf jeden fall wurde es nicht ich mag seine grundsätzliche idee total gern dass er sagt okay der titel hier spielt ganz ganz weit in der zukunft neben der legion of superheroes ungefähr zeitgleich muss man auch dazu sagen und er sagt über diese jahre hat sich das haus of l die oberste familie krypton zugesehen sehr geändert was einst rein rassig kryptonisch war zeigt uns in diesem zeitalter ein bunten mix multi kulti verschiedene hautfarben verschiedene herkünfte verschiedenste planeten verschiedenste charaktere alles verschieden sehr sehr divers alles das finde ich total gut grundsätzlich wir haben einen schwarzen superman wir haben eine halb kryptonisch halb tamaran jane rin dabei die auch die rüstung von superboy prime trägt etwas abgewandelt dementsprechend dass sie auch die explosive persönlichkeit die extrem schnell an die decke geht die aber auch ihre sehr emotionalen momente hat hier sind ganz viele tolle ansätze drin aber es ist viel zu viel er zeigt uns eine familie aus der wir keinen einzigen charakter wirklich kennen später kommt in die geschichte klar kennt was übrigens auch relativ schlecht gelöst ist weil man sieht direkt erst auf dem cover man denkt okay wird mit ihm zu tun haben aber eigentlich ist er die überraschung in der geschichte zum schluss das macht für mich dann überhaupt gar keinen sinn ihn hier auf dem cover zu zeigen aber sei mal dahingestellt wir haben also auch hier ein charakter feuerwerk ähnlich wie bei der legion bloß bei der legion hat man charaktere gehabt die kannten wir alles schon irgendwie aus der vergangenheit oder die hätte man kennen können formulieren wir es so ich kannte davon ja auch nicht alles ist auch kein beinbruch hier bekommt man einen haufen neue charaktere um die ohren geworfen und natürlich habe ich auch erst mal geguckt gibt es dazu einen background aber nein und das heft ist leider so kurz und es fehlt so viel story davor dass wir zu den meisten charakteren keinen input bekommen wo wir auf jeden fall einen bereuchten stichwort schwarzer superman interessant ist sowieso gerade in der diskussion auch für kommende kinofilme und der junge mann trägt auch den nachnamen kennt und dieses heft thematisiert auch eine vater sohn beziehung aber nicht diese ich weiß nicht wie dieser schwarze mr kennt superboy zu klark kennt selbst steht denn klark kennt sohn ist ja ein anderer der gegenspieler in der geschichte und auch diese geschichte ist also dieses story element besser gesagt ist total halbherzig ausgeschrieben es heißt okay komm sohn du bist böse mit mir wird alles besser ich führe dich in die richtige richtung ach ja papa ja okay dann ist alles gut so einer auf dem wo ich mir denke aha du scheinst seit jahren einen hass auf dieses house of l zu haben und jetzt ist alles gut nur weil dein dad plötzlich auftaucht und der superman ist das kann doch nicht sein dieser hass dieser ärger muss doch so tief verwurzelt in dir sein dass du krypton kaputt machst dass du den planeten fast zerstörst das kann doch jetzt nicht innerhalb von zehn sekunden innerhalb von zwei seiten jetzt irgendwie umschwingen das ist halbgar und es ist zu wenig platz es ist wahrscheinlich eine story die du auf zehn bis zwanzig hefte auslegen könntest wenn du es so siehst ich habe da überhaupt gar nichts gegen das gebilde war total in ordnung wenn du da einen sohn einbaust und so weiter und der hat sich gegen die familie gestellt und so aber so wie es hier gemacht wurde geht das einfach nicht er nutzt hier halt auch diesen haufen an figuren den wir auch nicht kennen wo der leser über jahre keine bindung zu hat das könnte er nicht mit anderen figuren machen in dieser geschichte weil hier jede figur potenziell direkt sterben kann in diesem krieg man befindet sich in einem krieg und es sterben auch charaktere aber dem leser ist es ja egal er bekommt ja kein background zu den charakteren er verbindet nichts mit denen nur deswegen funktioniert das hier so also es funktioniert nicht auf einer qualitativen ebene aber er baut seine geschichte so auf man fühlt sich insgesamt als würde man hier in einen action streifen einschalten der aber leider schon anderthalb stunden gelaufen ist man bekommt jetzt die letzten fünf bis zehn minuten mit ich verstehe auch um ehrlich zu sein nicht warum man nicht einfach anknüpft an die world of war geschichte weil das war so eine gute grundlage da lag so viel gefühl und die war wirklich gut geschrieben und jetzt lässt du superman danach wieder verschwinden für eine ganz lange zeit wo niemand was von ihm hört das hatten wir doch davor schon warum wiederholst du denn dieses element noch mal habe ich nicht verstanden auch wenn man teilweise sehr nette anleihen hat zum beispiel er war ja auf der warwelt und er hat gesagt ich gehe hier nicht weg bevor ich nicht jeden gefangenen befreit habe und bevor ich jede kette durchschlagen habe das wird aufgegriffen diese world gefangenen die ehemaligen die kämpfen auf der seite des haus auf erl und sie sprechen es auch an wir sind ihm so dankbar und so aber jetzt ist er weg es ist auch nicht klar wie lange er weg war das sei auch dazu gesagt man hat auch einen kurzen bezug auf superwoman beziehungsweise hier wird sie super girl genannt okay sie war sowieso mal supergirl lasse ich so gelten und auf einen moon dragon das passt wunderbar ist eine schöne anleihe auf die superwoman geschichte auch wenn es nur kurz reingeworfen wird man hat da ein bisschen kontext man weiß das ganze spielt in einem kontext in einem universum sowas mag ich so kleine details aber ich hänge mich halt wirklich an einigen elementen hier auf ich habe schon eben das gehetzte komische ende erwähnt mit dieser vater sohn geschichte und auch der einstieg ich weiß nicht was das sollte man beginnt in reimen form aber das sind bei weitem keine sauberen reime die für mich so in dieser schmutzigen art und weise überhaupt gar nicht mehr funktionieren und ich beschäftige mich gern mit sprache und sowas es geht ja fast in richtung battle rap so schmutzig sind die sachen hier ausgereimt muss das denn sein dann schreibt doch einfach eine ganz ordentliche einfache einleitung die jeder mensch versteht aber so in der art und weise war das halt nicht angenehm und nicht cool als einstieg und das greift man halt einmal mittelteil zum ende auch wieder auf und an keiner stelle funktioniert es wirklich für mich ich will aber noch mal kurz auf den schwarzen superman eingehen zu dem wir keine story bekommen also hier hätte ich wirklich unglaublich gern input gab weil das ist unser superman und das ist ein superman titel finde den fehler und der hat auch eine schwester und diese schwester ist nicht nur halb kryptonierin sie ist gleichzeitig auch noch eine blue lantern und hier rückt wieder eins der future state motive in den fokus die hoffnung und die hoffnung wird hier an mehreren punkten angesprochen es ist nicht nur dass die blue lanterns grundsätzlich schon für hoffnung stehen es ist auch das brainiac vor müsste vor sein wir haben mittlerweile auch im future state so viele verschiedene brainiacs wieder am start der spricht das wort hoffnung wirklich aus in form von klark kennt dass er ihn gefunden hat im universum er galt ja als verschollen aber mit ihm will er die hoffnung zurückbringen und auch klark kennt nimmt das wort hoffnung noch mal richtig in den mund und dass das alles ist worum es eigentlich geht da scheinen sich die autoren wirklich darauf committed zu haben okay das hier ist eine apokalyptische welterstellung aber die hoffnung sollte in jedem titel irgendwo mittelpunkt stehen oder zumindest in den meisten und das schafft man hier in dem titel nächstes ganz ganz großes fragezeichen black racer wir hatten das black racer feature was ich wahnsinnig schlecht fand und wir haben ja wieder die black racerin aber da wo sie uns noch sehr nahbar schien und sogar eine rebellion der war world angeführt hat in ihrem normalen future state feature was ist denn hier sie bringt einfach brainiac um und geht dann wieder und wird von dem house of l gejagt spricht quasi kein wort was ist das das ist aber nicht die black racerin die wir so kennengelernt haben ja sie ist die verkörperung des todes aber das ist doch nicht dieselbe person wie passen denn die beiden feature zueinander konnte ich mir nicht erklären bis zum ende nicht weiß ich nicht ist für mich auch zusammenhangslos geschrieben und gar nicht durchdacht von den beiden autoren die in dem fall dran war oh man oh man oh man ihr merkt man hat aus der besten grundlage die man einfach nur haben könnte superman worlds of war das schlechteste rausgeholt was eigentlich ging indem man hier einfach nur einen haufen neuer charaktere aufs spielfeld schmeißt und damit möglichst wenig geschichte zu jedem charakter erzählt man weiß ja gar nichts und das ganze dann mit einem höchst fragwürdigen plot twist auflöst oh philip kennedy johnson man was war das denn also der war in meinem ranking jetzt echt gestiegen durch world of war aber der sinkt jetzt wieder so krass ab und jetzt muss ich erst mal wieder beweisen ich dachte wow dann werden die superman comics wohl gerade ziemlich gut sein nachdem denke ich mir wow anscheinend doch nicht ich bin sehr enttäuscht von diesem heft tatsächlich hätte ich gar nicht gedacht ich war sehr optimistisch was das ding betrifft aber jetzt nein wie gesagt viele interessante ansätze vielleicht bekommt man ja irgendwann mal den mittelteil zwischen world of war und dem house of l das wäre doch ganz nett aber insgesamt bin ich sehr unzufrieden mit diesem story abschluss schade schade in dem fall keine empfehlung von mir das nächste mal schwenken wir dann zu wonder woman jahre flora und ich hoffe das wird euch gefallen denn das fand ich schon mal deutlich besser als dass sie in dem sinne bis dann euer comic in